ich bin ein schöner Rangfeld, weil ich liebe es neben dem Selbst zu landen das ist einfach mein Liebling zu uns während dem Modus und wenn nicht Gegner selber selber direkt an während Spaß zu sehen hast du bei dir Gegner? bitte ne, nix bei dir nix das ist eine Truhe, eine Tactical vielleicht in Season 6 wird das ganze Spiel nur durch Schwerkraft sein dann guck mal wie viele Schwerkraftzeile da am Tag gespawnt werden ab zum Safe mein Freundi weil das Safe ich kenne dich beim Safe chillen dann guck mal was die Gruppe guckt ist dann zum Safe und jetzt zum Safe dann 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 und die bei die 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 ab zum Bus die 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 auch nicht das ist so machen dann wird schon die sie mit dem Motto sie gehen hier hin und den Selbstbeziehungszübungen nicht zu zählen das ist zu groß in die hier hier so auf den Berg und uns da hoch wo es geht nach dem Ausland ich hab grad einen Trommel gewährdet aus der seh wasch 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 kann auch Degas muss hier auch unterzuschießen schuldig wenn du bock drauf hast er ist tot aber ich bin von dem kicker hier die bergung der sagt die decke nicht ich habe fast gar nix Bist du metz? Okay. Wow! Bitte greife, wie man hier hoch fliegt, Digga! Bist du angesnipet? Ich geb dir den Grappler, um hier hochzukommen, okay? Achso, hast du Garmfeld? Okay. Komm, entfügt! Warte! Hab der Rad noch rück! Warte! Einmal ganz kurz! Äh Greifer! Welcher braucht ein Greifer? Ganz einfach. War ein Easy-Avator. Wolltest du irgendwie nach Finish gehen, oder? Ja, dann würdest du bis nach Finish gehen. War nicht so im Hotel, der hat aber geklappt. So, jetzt haben wir beide einen Grappler. Probier mal auf dem Berg mit dem Grappler auszukommen, wie geil das ist, Digga! Probier's mal! Du fliegst so weit nach oben! Ja! Was fliegt mir schon aus dem Schild draus? Probier mal! Digga, das ist so geil! Wir kommen jetzt! Geh zu dem Bissen, Digga! Wir müssen ja die Post abliefern, Digga! Wir müssen ja die Post abliefern, Digga! Jetzt komm, wir müssen die Büsse holen! Mach hin! Oh! Ich hab halt voll damage! Digga, komm her! Komm mit dem Grappler her! Endlich! Komm her! Komm mal! Guck mal, wo ich bin! Versuch grad für dich das Match zu beenden! Dann komm her, Digga! Du bist dann ernst! Als ob du diesen Grappler nicht spielen kannst! Aber, ich dachte ich dich auch damit gehört, aber, wie du einfach nicht den Grappler spielen kannst! Sagen wir da! Kannst dann Null den Grappler spielen! Also, gib den her, wenn du den nicht brauchst! Okay! Der will nicht brauchst, ich bin dabei! So! Jetzt ab zum! Zu der Kacke, Digga! Bitte! Geh jetzt da! Geh jetzt zum Bus, Digga! Zu dem, Digga! Zu dem, Digga! Digga! Im Töler ist das sehr unlogisch! Und das ist das sehr unlogisch! Auch wenn er da direkt davor ist, kann es soo hart sein, dass du runtergefahren bist! Als am meisten sein! Und hier hast du fast hundertprozentige Schock, dass du nicht runtergefahren bist! Weil, wenn du auf dem Berg bist, ist gleich zwei Zentimeter vor dir gleich der Bus! Deswegen gehen wir da hin! Brauchst du das Lama, um Leben zu haben? Komm mal her! Komm mal her! Der Lama, für dich! Nimm das Lama! Ich nehm den Gwebler mit! Weil das Lama gibt dir dann noch mal eine Schöne Leben für dich, Digga! Weil du wenig Leben hast! Ab! Machst du dich jetzt, Digga! Was ist das? Ab zum Berg, Digga! Da ist ein freies Lama! Wo gleich... Da können gleich welche sein, die den Raubzug beenden! Und ich habe gar einen Fall, aber! Sie müssen da unten sind! Und das beenden! Komm her! Brodi! 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 Was machst du da? Immer musst du angeschossen! Egal, Entschuldigung! Ich komme! Bei Friends! Ich helfe dir! Ich habe einen mitgegeben! Ich habe einen mitgegeben! Töte den Drift! Den einen Drift, Digga! Du Team, der war gewonnen! Der Drift, den du gerade angeschossen hast! Ach bitte, fahr was rein, Digga! Hab ihn! Gewinn ich! Headshot tot! Ab zu deinem Bus! Geh zum Bälle-Bus! Komm her! Geh zum Bus! 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 Komm mit! Komm mit! Komm mit! Nicht looten! Nicht looten! Sehr ehren, Bruder! Wir können doch da gleich zum Bus hin und dann ist das Game zu Ende! Komm! Danke! Weil es gibt es ja nur noch zwei Büsse und zwei Lamas! Wir müssen das jetzt hin platzieren und transportieren! Und es gibt es sogar noch mehr! Es gibt es drei! Also ab zum Bus, der direkt vor meiner Nase ist! Weil da ist denn, da, dieser Bus hat genau gerade keinen Garnfall! Du mit! Komm mit! Ich hab's gleich! Warte! Du musst denn, damit, gib mir mal das Naum bitte! Gib mir's mal das Naum mal! Damit, ich kann's auch schnellste transportieren für dich! Ich kann's für die Transportierung, weil du hast echt, das ist so ein Ferner, Bruder! Hey! Ich hab's bei mir! Ich kann das nicht mehr loswerden! Ich hab's gemacht! Der Sprozer! Ich habe, dass ich ihn mit Textekel geschossen! Du musst es nicht mehr was machen! Da ist das dann nochcarазывaut! Das ist doch noch der Ben! passt doch auf das doch der ben du musst auf beide aufpassen das ist der letzte bus müssen umbringen das ist der letzte das der letzte das sie mir sei ehrenvoll das schiff die dunkel wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir sind alleine wir haben gewonnen komm lass für dich doch mal holen das doch noch mal für dich mal holen und dann lasst du mal schön digga wir können uns doch schön und zum safe gehen für dich ein safe suchen für dich ein snorben suchen digga das macht mir Spaß Bock noch mal ein nama zu holen wir holen uns jetzt nama wir können jetzt hier schön eigentlich ein bisschen mal später dann müssen wir dann jetzt haben spaß ich wollte ich jetzt ein wie sie sind in den spielwiesen der ganze spielwiese komm lass das auch holen digga für dich noch im namen wo ist das nama zeigt sich noch mal wann kommst du nama da treff ich ne und auch hab ich's getroffen soo dann safe ich du timo für dich nutze ich ihn hier ja wir haben beide lama oh digga wir können richtig hart eigentlich chillen ich hätte auch nen jumppads ich brauche jetzt einfach alles hier hin was ich habe digga wir haben jetzt richtig unseren Spaß oder ich bin hier jetzt chillen einfach schießen auch noch schießen und lass es jetzt beenden warte pack mal dann alle deine Waffen weg außer den jubil okay los geht's dann gehen wir mal rein ich mach jetzt die dümmste Taktik um da hochzukommen ich mach jetzt einfach den ich mach jetzt irgendwas ich mach jetzt irgendwas sooo wir haben gewonnen hast du bock? wer willst du? wir klicken auf 3 1 2 3 2 3 4 5 9 10 10 10